Ihr wisst ja, dass ich neben der Legostadt und der Westernwelt noch ein drittes Projekt und zwar die Mondbasis habe, die aktuell hier mit Wolkenhintergrund unpassenderweise rumsteht. Und dazu gehen wir jetzt mal die Treppe runter, um uns anzuschauen, wo der endgültige Platz der Mondbasis im Museum zu finden sein wird. Wir stürzen uns, ihr seht es, direkt kopfüber ins Chaos rein. So sieht es aktuell aus. Und das hier ist die Ecke, wo die Mondbasis hinkommt. Unter die Treppe, was jetzt für mich hieß, dass ich gemeinsam mit Martin erstmal hier die Ecke so ein bisschen ausbauen und renovieren musste. Die Sache ist ja die, wir haben die Bude in einem ziemlich miserablen Zustand übernommen. Dementsprechend war auch hier dieses rausgeschnittene Eck, wo einfach wirklich durch vier Schichten Gipskarton durchgeschnitten war. Und so haben wir das Ding dann übernommen. Wir haben aber gedacht, bevor wir jetzt hier großartig irgendwas umbauen, nutzen wir das Ganze als Feature sozusagen aus. Haben jetzt hier, das hat gerade und gerade so funktioniert, schöne Schusterei, ihr werdet euch alle wieder aufregen, eine Gipskartonplatte. Unter die Treppe gepackt, sozusagen als Decke, wo dann auch später die Beleuchtung installiert wird für die Mondbasis an sich. Und dann an der Seitenwand, das muss man natürlich dann gleich auch nochmal machen, da musste auch noch eine weitere Gipskartonplatte rein. Zuerst hat Martin das Ding mal vorbereitet, noch ein bisschen abgeschliffen. Ich hatte in der Zwischenzeit die Platte zurechtgeschnitten und dann können wir das Ding einfügen. Das hat es natürlich zur Folge gehabt, dass wir zwischen dem Part, den wir dazu gebaut haben und dem, was davor war, riesige Lücken waren. Das heißt, ich musste das alles erstmal spachteln. Das musste dann noch zwei Tage trocknen, weil ich habe da wirklich einiges an Spachtelmasse reingeklatscht. Hauptsache, das Ding war geschlossen, das war da so ein bisschen das Ziel dahinter. Am nächsten Tag dann alles abgeschliffen und wir können uns endlich darum kümmern, dass der Spaß angestrichen wird. Bei der schwarzen Farbe, das sind immer so zwei Farbschichten, die man drüber klatscht, weil das Ding hätte ansonsten einfach nicht genug Deckkraft gehabt. So weit war ich auch schon ganz zufrieden mit dem. Aber, und jetzt geht das ganze Projekt so ein bisschen bergab, da müssen wir uns was anderes überlegen. Hinten, ich brauche ja noch den Zugang alle zwei Monate zum Keller oder sowas. Das heißt, wir können das Ding nicht fix verbauen. Wollte jetzt ursprünglich einen Vorhang aufhängen, aber ich glaube, ihr könnt das hier schon sehen, wo ich den so ein bisschen zurecht zuppel. Das Ding ist komplett zerknittert. Das ist die absolute Vollkatastrophe, wie es aussieht. Das heißt, entweder man spannt das auf. Hier habe ich übrigens gerade zum ersten Mal festgestellt, wie schrecklich das aussieht und einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Der Tisch davor macht es auch nicht viel besser, auch wenn Martin den sehr schön aus den Resten zusammengeschustert hat. Wenn ich mal das Licht anmache, was wir da installieren lassen haben. Oh je, schaut euch mal diese Katastrophe an. Also diese Falten sind echt jenseits von gut und böse. An der Stelle habe ich gewusst, irgendwas müssen wir anders machen, wusste aber noch nicht was. Ich wollte aber erstmal die Mondbasis wieder aufgebaut haben, weil das Ding überall verbreitet war. Das heißt, ich musste erstmal die Module hier als Puzzlestück zusammensetzen, bevor ich mich um irgendwas weiteres kümmere. Den Tisch kann man ja immer noch verschieben. Wichtig war, dass mir keine Module zu Bruch gingen zu diesem Zeitpunkt. Während ich hier dieses Riesenpuzzle mal wieder zusammensetze, kann ich ja schon mal ein bisschen darüber philosophieren, was jetzt die Möglichkeiten sind. Wir hatten darüber nachgedacht, entweder so eine Art Schiebetür zu machen, vielleicht eine ganz andere Art von Stoff zu verwenden. Weil ich habe schon versucht, dieses Polyesterzeug zu bügeln. Man hat keine Chance. Das Ding ist, andere Stoffarten haben wahrscheinlich nicht ganz so viele Falten drin. Später dazu nochmal mehr, aber nichtsdestotrotz finde ich, auch faltenfreier Stoff passt an dieser Stelle einfach nicht hin. Ich finde, das versaut so ein bisschen das Gesamtbild dieses eigentlich ganz schönen Kastens, den wir da angefertigt haben für die Mondbasis. Und die andere Möglichkeit wäre gewesen, das Ding vielleicht irgendwie aufzuspannen. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Was die Mondbasis angeht, das kann ich ja auch mal ganz kurz erwähnen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wenn ich jetzt gerade hier das Ding wieder so zusammensetze, ihr seht, dass da noch drei Stücke fehlen. Dass es demnächst an der Zeit ist für die große Mondbasis-Finale-Update-Folge mit den drei Modulen, ein paar Raketen und so weiter und so fort, was auch immer dazu kommt. Aber wenn man hier so drüber schwenkt, egal welche Perspektive ich einnehme, diese Falten im Hintergrund machen mich wahnsinnig. Das heißt, Möglichkeit Nummer eins wäre das Ding quasi einfach nur aufzuspannen und ihr seht schon, das macht es direkt viel besser. Das Problem ist, ich kann es nur an einer Seite fest verankern, auf der anderen Seite müsste man das mit Klettverschluss oder sowas regeln. Weiß ich jetzt noch nicht, was da die perfekte Lösung ist. Allerdings habe ich parallel zu dem Stoff, den wir unten eingebaut haben, für die Western-Weltverbauung nochmal was ganz anderes bestellt. Und zwar diese Art von Stoff. Das ist hier so ein spezieller Brandschutzvorhang. Ihr seht das schon daran, dass es so richtig schwer in der Hand ist. Da haben wir uns deshalb zu entschlossen, weil ja die ganze Elektroinstallation unter der Anlage hinkommt. Und ich habe ja in Kombination dazu auch die ganzen OSB-Platten mit so einem Brandschutzlack lackiert. Wahrscheinlich bin ich da auch ein bisschen überparanoid, was das Thema angeht. Aber nichtsdestotrotz, dieser Brandschutzvorhang, wenn wir den hier mal installieren, hat einen ganz, ganz anderen Vorteil. Nicht nur, dass wir das Ding maßschneidern lassen haben auf die Western-Welt. Ihr seht schon, das passt da richtig schön unten mit dem Abschluss hin. Sondern dadurch, dass das so ein bisschen schwerer ist, sind die Falten viel, viel weniger schlimm in diesem Material als in diesem Polyester-Vorhang, den wir ja hinter der Mondbasis aktuell installiert haben. Hier so wird das dann langfristig aussehen, dass ich da einfach diese Poller hinstelle und dann können wir das Ding absperren. Das ist eine Sache, die gut funktioniert hat mit dem Vorhang. Und ein bisschen erfahrungsgemäß werden sich die restlichen Falten, die da drin sind, auch noch auslegen. Wenn der Vorhang da länger hält, ist er mit den ganzen anderen Dingern hier oben im Stadtraum auch gewesen. Ist ja nicht der erste Vorhang, der hier hängt. Hier bekommt ihr jetzt auch nochmal einen Überblick darüber, wie das im Gesamtbild wirkt. Unten, der ganze Holztisch, wird ja komplett verbaut. Da wird man gar nichts mehr von sehen. Da kommt genau der gleiche Stoff drunter, den ich auch oben bei der Western-Welt genommen habe. Da werde ich jetzt keine Experimente mehr starten. Aber ja, über die Falten habe ich jetzt genug geredet. Da möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Der wunderbare Vorteil an dieser Decke, die wir hier reingezogen haben und dass die Mondbasis da so reinversenkt ist, dass hier überall über der Mondbasis und zwar nicht nur im Hintergrund flach an der Wand, sondern mitten drüber Raumschiffe hingehangen werden können. Das freut mich extremst hier außen. Ihr wisst Bescheid, bei uns ist maximales Chaos. Aber das hier ist ja dann der Weg, den man reingeht. Das ist die Eingangstür und dann hat man hier um die Ecke, damit ihr nochmal einen Überblick habt, eine Orientierung habt. Das ist der Ort, wo die Mondbasis steht. Hoffentlich dann auch mit besserem Hintergrund. Dann, um euch mal so einen Allgemeinstand zum Museum zu geben. Ich bin aktuell dabei, hier hinten die Zugvitrine so ein bisschen zu füllen. Da habe ich jetzt einiges bestellt. Da kommt dann in zwei Wochen oder sowas, wenn das ganze Zeug angekommen und vor allem aufgebaut ist, denke ich mal ein extra Video zu. Da sind so tolle, seltene Sachen dabei. Das muss ich euch zeigen. Dann sind halt im Moment so unfassbar viele organisatorische Sachen zu tun, wie zum Beispiel so ein Brandschutz. Das Menschen war da, wir haben jetzt alle zwei Meter im Museum Feuerlösch herumstehen. Ist ja durchaus eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir hier öffnen können irgendwann. Was vor der Öffnung natürlich auch noch ganz, ganz dringend passieren muss, ist dieser Bereich über der Treppe. Also ihr wisst ja hier, die Mondbasis befindet sich hier drunter. Da sind wir gerade eben am Anfang der Update-Folge runtergegangen. Aber diese Ecke muss ich unbedingt noch absichern. Kann ja nicht sein, dass hier Leute dann runterfallen. Der Schrank ist nicht gesichert. Das ist aktuell, wenn wir hier alleine sind, noch in Ordnung. Aber hier werden wir es wahrscheinlich so lösen, dass da wahrscheinlich irgendein Ausstellungsstück in Kombination mit einer Absperrung hinkommt, dass man sozusagen 2 in 1 gelöst hat. Solche Sachen, die müssen natürlich vor einer Öffnung noch geklärt werden. Nur, dass ihr dahingehend nochmal Bescheid wisst. Das sind dann im Übrigen auch solche Gründe, warum das Startupdate nochmal zwei, drei Tage länger dauert, als es mir lieb wäre. Glaubt mir, ich mache das nicht, weil ich euch da ärgere und extra lang warten lasse auf die Startupdates. Mir wäre es auch lieber, wenn die Sachen so schnell es geht rauskommen. Aber es geht nun mal nicht anders mit den ganzen organisatorischen Sachen, die noch zu klären sind. Und bevor jetzt gleich das Beste vom Video kommt, und zwar wie genau wir die ganzen Sachen hier transportiert haben. Das ist auch nochmal eine ganz eigene Geschichte für sich gewesen. Ganz wichtig jetzt, wenn ihr irgendwelche kreativen Vorschläge habt für diese Ecke, was diesen grässlichen Hintergrund angeht. Weil der Rest ist ja eigentlich ganz solide geworden, inklusive der Beleuchtung. Die gefällt mir auch richtig gut. Wenn man da vorsteht, dann ist das so ein direktes Licht hier rauf. Das kommt richtig, richtig gut. Aber wenn diese Falten... Okay, ich habe genug über Falten geredet. So, aber wenn ihr Vorschläge habt zu diesem Punkt, bitte unbedingt in die Kommentare. Es gibt, glaube ich, aktuell nichts Wichtigeres für mich, als dass wir das Ding da in den Griff bekommen. Und um jetzt jeglichen Fragen schon mal vorzubeugen, weil das wird bei so einem Video zu 100% kommen, wann denn jetzt hier die erste Testöffnung stattfindet. Und sobald das Ding hier in irgendeiner Form abgeschlossen ist, wir haben da auch noch nicht die perfekte Lösung zu gefunden und wir hier die Mox fertig installiert haben. Aber das machen wir natürlich nicht, solange hier noch irgendeine Form von Baustaub anfällt. Was ja der Fall ist, wenn hier oben noch Sachen geschliffen werden. Dann kann man innerhalb diesen Jahres, das ist zumindest geplant, noch die erste Testöffnung angehen, sodass man dann nächstes Jahr wahrscheinlich alle zwei Wochen oder sowas in eine Art Dauerbetrieb reingeht. Ich glaube, die Frage wird mit Sicherheit kommen, deshalb sei das jetzt schon mal vorweggenommen. So, und jetzt würde ich sagen, auch wenn super random ist, aber genau sowas hattet ihr euch gewünscht. Ich zeige euch mal, wie wir den Spaß hier transportiert haben. Das kannst du wieder niemandem erzählen, was hier abgeht. Vor allem, der Witz ist, warte erstmal, wir lassen jetzt hier oben einfach offen, easy. Aber der Witz ist, uns ist genau so eine Aktion letztens schon mal passiert. Ich kann euch jetzt auch eben mal den Clip dazu einblenden. Wir sagen der Polizei einfach, wenn ihr uns anhält, dass das unser Spoiler ist hier oben. Wir haben uns jetzt doch noch spontan dazu entschlossen, die Ecken abzuknicken, weil das sonst zu wild gewesen wäre, mit offener Heckklappe da durch die Gegend zu eiern. Aber das Gute ist ja auch, wenn wir es zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben, wir hätten die maximale Länge der Gipsplatten ja gar nicht gebraucht. Easy, wo ist das Problem? Also ihr seht, am Ende hat das dann doch alles geklappt, womit jetzt noch eine Sache offen wäre und zwar das Vorher-Nachher-Bild, weil es heute so schön passt. Auch wenn das Nachher-Bild natürlich noch nicht final ist, da muss noch ein bisschen was überarbeitet werden. Aber der Startschuss wäre gesetzt und damit sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!